Ihr seht es, es ist einiges am Plastikmüll bei uns angefallen und das soll sich ändern. Und dafür ist dieses Video da, beziehungsweise die Challenge, die wir mit euch zusammen machen wollen. Die Challenge ist, zwei Wochen lang auf Plastik zu verzichten. Ihr verzichtet auf Plastik, wir verzichten auf Plastik und wir finden gemeinsam Alternativen und neue Möglichkeiten, Plastik einzusparen. Das heißt, wir gehen in einen Unverpacktladen, ihr geht auch in einen Unverpacktladen, denn mittlerweile gibt es fast in jeder Stadt einen Unverpacktladen. Und wir versuchen alle, unser Gemüse nur noch unverpackt zu kaufen und vielleicht die unnötigen Chips aus der Plastikpackung wegzulassen und uns dafür einfach einen leckeren Apfel aufzuschneiden oder was anderes. So, das ist erstmal der Grundgedanke und in dieser ganzen Zeit können wir uns hier unter dem Video austauschen, Fragen stellen, Probleme schildern, Erfolgserlebnisse erzählen. Und am Ende der zwei Wochen gibt es ein großes Video von uns mit allen Sachen nochmal zusammengefasst und auch mit weiteren Tipps und Tricks, die wir noch so über die Zeit rausfinden und für euch recherchieren und ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.